Hallo, ich grüße Sie. In einem früheren Video hatte ich mein Sechs-Schritte-Programm in den Gesamtzusammenhang der Digitalisierung der Lehre gestellt. Nun möchte ich etwas mehr ins Detail gehen und zeigen, wie die Digitalisierung der Lehre konkret umzusetzen ist. Ausgangspunkt aller Digitalisierungsbemühungen ist ein Integrationsmodell, bei dem die Inhaltsvermittlung komplett digitalisiert ist und die Inhaltsvertiefungsphase je nach Bedarf in Präsenz oder auch online angeboten wird. Dazwischen fungiert ein inhaltsbezogener Mastery-Test als Indikator für den Wissensstand der Kursteilnehmer vor der Inhaltsvertiefungsphase. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen eines solchen integrativen digitalen Lehrmodells sind erstklassige, digitale Inhalte. Nicht nur ein paar Lehrvideos, sondern auch Texte, Textverweise und Bilder sowie Animationen. Tja, das ganze Arsenal multimedialer Elemente und nicht zu vergessen Testfragen, mit denen die Inhalte überprüft werden können. Doch wo bekommen wir diese digitalen Elemente her? Zunächst einmal nicht durch Reden, nicht durch große Strategiediskussionen, sondern durch Machen. Denn die Infrastrukturen stehen, die Mediennutzung durch unsere Studierenden ist vielfältig, gute digitale Materialien sind oft schon vorhanden und wenn nicht stehen, einfach zu bedienende Entwicklungstools zur Verfügung. Gehen wir es also an. In sechs Schritten möchte ich Ihnen zeigen, wie es geht. Hier sehen Sie die sechs Schritte und das Ziel. Wir wollen nämlich nicht mehr, aber auch nicht weniger als zehn Minuten Präsenzzeit digitalisieren. Dazu sollte man als erstes eine Lehrveranstaltung auswählen, die ein hohes Standardisierungspotenzial besitzt, die curricular verankert ist und möglicherweise auch oft angeboten wird. In meinem Fach sind das Grundlagenkurse wie Introduction to Linguistics, bei denen es viele Inhalte gibt, die immer wieder aufgegriffen werden und Grundlage des Linguistikstudiums sind. In nahezu allen Fächern gibt es ähnliche Lehrveranstaltungen. Einige davon sind zudem in mehreren Studiengängen wiederverwendbar. Was bedeutet das, eine Lehrveranstaltung zu digitalisieren? Nach unserer Erfahrung mit den Lehrveranstaltungen im Virtual Linguistics Campus benötigen wir pro Kurs circa 250 Seiten Text, ungefähr sechs Stunden Videomaterial, etwa 150 Bilder und 25 Animationen. Dazu kommen noch etwa 500 Wissensfragen für das so wichtige Electronic Assessment. Da es uns nicht gelingen wird, in kurzer Zeit eine komplette Lehrveranstaltung zu invertieren, gehen wir eine Ebene tiefer und beschränken uns auf eine einzelne Lerneinheit, von der wir wissen, dass deren Inhalt in hohem Maße standardisiert und möglicherweise auch kursübergreifend verwendbar ist. In meinem Kurs ist das zum Beispiel die Lerneinheit Language and Linguistics. Diese enthält grundlegende Informationen zum Thema, das im Vergleich zu klassischen Vermittlungsformen im Hörsaal mit digitalen Elementen sogar besser vermittelt werden kann. Doch auch eine Lerneinheit ist noch zu umfangreich, um auf einen Schlag digitalisiert werden zu können. Denn immerhin benötigen wir hier noch circa 15 Seiten digitalen Text, 30 Minuten Videomaterial und nicht zu vergessen circa 30 Fragen für das Electronic Assessment. Daher sollten wir nun in Schritt 3 in die Lerneinheit hineinschauen und ein Teilthema auswählen, das etwa zehn Minuten Präsenzzeit in Anspruch nimmt und möglicherweise multimedial gut geeignet ist. In der Lerneinheit Language and Linguistics bietet sich der Inhalt Animal Communication an, da hier gezeigt werden soll, wie Tiere miteinander kommunizieren, mithin ein multimedial sicherlich gut zu vermittelndes Thema. Nach der Vorauswahl können wir nun mit der eigentlichen Digitalisierung in Schritt 4 beginnen. Wir benötigen einen kurzen, etwa 10-zeiligen Text, Videomaterial in einer Gesamtlänge von circa drei Minuten und drei Wissensfragen zum Thema. So kann das Ergebnis dann aussehen. Um all dieses zu generieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, frei verfügbare Bildungsmaterialien zu finden. Dadurch kann man sich viel Arbeit ersparen. Damit aber die Nutzung von Fremdmaterialien klappt, müssen wir gerade im deutschsprachigen Raum erhebliche Barrieren überwinden, denn viele Lehrende haben Probleme bei der Nutzung von Open Educational Resources. Die Alternative? Wir müssen die benötigten Materialien selbst erstellen. Auch das ist möglich, aber in vielen Fällen mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Sind die digitalen Materialien einmal zusammengestellt, bleibt noch eine Frage, wohin damit? Ganz einfach. Auf eine einfache Webseite im Internet oder auf eine hochschuleigene Lernplattform. Und was nun? Wenn die ausgewählten Inhalte digitalisiert sind, dann kann man die gewonnene Zeit nun neu nutzen. Wir können unsere Studierenden gezielt beraten, sie unterstützen, sie mit maßgeschneiderten Aufgaben versorgen. Kurz, wir können die Präsenzphase nun individualisieren, mehr als jemals zuvor. Bereits mit einem solchen teilinvertierten Szenario sind die Mehrwerte unverkennbar. Hier sind sie noch einmal, die sechs Schritte, die ich auch so in meinem Buch Handbuch Hochschullehre digital abgearbeitet habe. Ich hoffe, dass der Weg in die Digitalisierung nun etwas klarer geworden ist. Mir ist aber auch bewusst, dass Schritt 4, die Digitalisierung ausgewählter Inhalte selbst, der größte Brocken ist. Daher werde ich in weiteren Videos näher darauf eingehen. Bis dahin, alles Gute!